Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Blacky und heute geht's darum in The First Descendant, wie ihr eure Waffen verbessern könnt. Ich glaube und ich meine auch, viele wissen es nicht, wie man am besten die Waffen verbessert. Es geht nicht nur darum, dass man sie levelt, sondern die Waffen könnt ihr auch wieder resetten. Ja, es geht also nicht nur um die Mods, die ihr dort einverbaut habt, sondern auch, dass die Waffe in sich als solches noch einmal noch stärker werden kann. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Schön, dass ihr da seid. So, dann werden wir jetzt mal rüberchangen. Wird's ein bisschen dunkelmunkel, man kennt's schon mittlerweile bei meinen Videos, aber es werde Licht. Und dann haben wir auch wieder die Bunny. Das hat ja sehr viele getriggert. Und jetzt habe ich gesagt, komm, wir zeigen die Bunny wieder so ein bisschen. Damit die Leute wieder vielleicht in den Kommentaren mir sagen, ey, so kannst du Bunny nicht bauen, baue sie so und so. Okay, ich bin immer für eure Ratschläge und Vorschläge offen. Ab jetzt könnt ihr wieder eure Meinung natürlich wieder, was Bunny angeht, reinschreiben. Und ich bin übrigens immer noch in Urlaub mit meinem Kind. Die erste Woche, wie gesagt, sind wir in Urlaub. Und dann die letzten zwei Wochen von den sechs Wochen Sommerferien in NRW, dann ist mein Kind auch wieder da. Und dazwischen in diesen nächsten Wochen, wenn mein Sohn wieder weg ist, werde ich wieder live auf Twitch zu sehen sein und vor allen Dingen für euch zur Verfügung stehen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst dergleichen. Bei der Erwähnung auch unser Discord. Geht auf unseren Discord, da sind schon mehrere Spieler. Mit denen könnt ihr natürlich Boss-Fights oder Gruppen-Play oder sonst whatever, könnt ihr dann halt euch treffen und dementsprechend zusammen zocken. Das tut uns allen gut. So, jetzt aber ins Detail. Wie mache ich das, die Waffe zu verbessern? Also ihr habt ja mehrere Möglichkeiten, eine Waffe zu verbessern. Ich gehe jetzt mal in die hier. Da haben wir natürlich erstmal diese Module, die Karten. Ich sage mal Karten dazu. Und jetzt kommt aber das ein oder andere, was eventuell der Spieler überhaupt nicht weiß, weil er eigentlich auch ein bisschen überfordert ist. Es ist auch ein bisschen versteckt. Ich zeige euch jetzt, wie ihr dazu kommt. Also hier Modulzusatzeinstellungen. Da geht ihr bitte rein. Und da habt ihr einmal Kapazität steigern. Ich habe das schon abgeschlossen. Der ist schon auf Max-Kapazität. Ich zeige das aber mal bei einer anderen Waffe. Und zwar hier bei meinem Gewehr. Das habe ich noch nicht gemacht. So, Max-Kapazität steigern. So, das rate ich natürlich allen Leuten, die erst einmal ihre Hauptwaffe verbessern wollen. Hauptwaffe, Nebenwaffe, whatever, womit ihr halt am meisten Damage macht. Und diese Ressourcen braucht ihr dafür. Letztendlich ist es nicht viel an Ressourcen, aber ihr müsst halt dafür ein bisschen in Vorarbeit gehen, damit ihr das hier erst einmal herstellen könnt. Das heißt Energieaktivatoren. Ja, das müsst ihr herstellen. Ihr seht ja, wie lange das dauert. Ein Tag und sechs Stunden. Von daher lohnt sich das schon ein bisschen in Vorarbeit zu gehen. Ja, so, das ist das Erste, was viele nicht wissen. Und aber eigentlich möchte ich euch etwas anderes zeigen. Ihr könnt hier oben Modulsockeltyp zuweisen. Hier könnt ihr auch die Waffe resetten. Genau wie euren Hauptcharakter, den ihr resettet, resettet ihr auch eure Waffe. Ihr macht es halt als solches stärker. Und hier ist auch dasselbe Prinzip. Ihr müsst euch vorher bei den Modulplätzen die Karte euch merken, welche weniger Punkte kosten soll. Und hier sind natürlich die Zeichen der Karte, möchte ich mal sagen, in bildlicher Form. Jetzt gucken wir uns das mal zusammen an. Welche würde ich jetzt persönlich zurück machen? Also die Punkte hier oben verringern. Das ist jetzt hier eine 16er Karte. Die könnte ich runter machen. Ich habe hier noch eine 15er Karte. Die könnte ich runter machen. Das könnt ihr so entscheiden, wie ihr wollt. Also entweder 1. Slot oder 3. Slot. Dann gehen wir natürlich wieder rein. So, nehmen wir den dritten Slot. Und jetzt könnte ich die Waffe natürlich resetten. Das ist kein Problem. Das würde funktionieren. Aber ich habe den Kristallisierungskatalysator nicht, also kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Müsst ihr auch wieder in Vorarbeit gehen und dementsprechend das in die Produktion geben oder in die Forschung. Das kostet dann euch 7 Stunden und 30 Minuten. Dann ist das fertig. Dann holt ihr das ab. Und wenn das abgeholt worden ist, dann wird das erst registriert. Dann ist hier nicht nur 0, sondern 1 von 1. Und dann könnt ihr das machen. Das überlasse ich jetzt natürlich euch, wie schnell ihr das machen wollt. Ich habe mich so ein bisschen in der Komitee umgehört und alle haben halt mir gesagt, ja, Blackie, das stimmt, die Waffe wird als solches stärker. Also das könnt ihr natürlich selber in Eigenverantwortung machen, wie ihr das halt machen wollt. Ich zeige euch nochmal, wo die Produktion ist. Für den einen oder anderen, der es nicht weiß, ihr geht hier runter. Bei mir blinkt schon. Ich habe schon Sachen in Produktion gehabt. Und hier auf die linke Seite. Dann kurz rechts rein. Und hier auf der linken Seite. Ja, die meisten kennt es natürlich. Bei Anjas geht ihr dann hin. Auf Reden drücken. Und jetzt könnt ihr eure Sachen abholen. Ihr seht, ich bin schon wieder ein bisschen in der Forschung drin gewesen und habe das ein oder andere dann halt erledigt. Ich rate euch wirklich, das, was forschbar ist, auch zu forschen. und dass dann halt diese Lines, die ihr hier habt, also bis zu fünf Stück könnt ihr machen, immer besetzt sind. Ich nehme das mal hier jetzt sofort raus. Ich habe nämlich, ich habe hier schon so einen Kristallisierungskatalysator in die Forschung reingehauen gehabt. Jetzt ist es fertig. Und die Sachen auch. So, und die Volby ist noch in Arbeit. Zwei Stunden 28 braucht die junge Dame noch. Beziehungsweise eine Komponente davon. Und dann ist das auch wieder fertig. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, ja, oder irgendwelche Anregungen, was ich jetzt hier vergessen habe, auf der Schnelle euch mitzuteilen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und nochmal herzlich Dank für die ganzen neuen Abonnenten. Kuss geht raus für euren Support. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich bin dann halt bemüht, in dieser kleinen Zeitblase, die ich halt aktuell zur Verfügung habe, euch die Videos abzudrehen, die ihr so halt gerne haben wollt. Also schreibt mir, was ich noch für Sachen produzieren will, wo noch Klärungsbedarf ist. Ja, und dann mache ich das für euch. So, aber heute geht es tatsächlich nur um die Waffen, wie man sie verbessern kann, außer halt den Mods. Die Mods ist ja schon mittlerweile jedem klar. Oder diese Karten, ich sage ja mal Karten dazu, wie gut und wie stark ihr sie machen könnt. Ich kann aber jetzt noch nebenbei sagen, dass ihr, egal welche Waffe ihr spielt, das ihr auf jeden Fall haben müsst. Das ist eigentlich ein Must-Have dafür, dass die Waffe besser wird. Also eins der Module, beziehungsweise eins der Karten, die wichtig sind. Das ist wirklich für mich persönlich sehr wichtig, dass ihr das auch wisst. Es gibt natürlich noch individuelle Sachen, die man da selber noch reinkreieren kann. Aber die Karte, beziehungsweise dieses Modul, sollte jeder haben. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch euch viel Spaß. Lasst euch nicht beirren. Hört nicht auf die Presse. Zurzeit gibt es so ein bisschen Negativstimmung von der Presse. Hört nicht auf die. Macht euer Ding, wenn es euch gefällt. Ignoriert die Presse. Einerseits wollen die durch diese Negativpresse, durch diese Klicks, Geld generieren und Geldgewinne machen. Und ich habe das schon selber heraus abgeleitet, dass halt diese Presse, oder diese Presse, die sich mit Games befasst, eigentlich überhaupt keine vernünftige Meinung darbietet. Es sind alles nur Momentaufnahmen. Klar, ein Teil ist schon richtig, aber ein großer Teil an Meinungen, die sie dort verbreiten, ist meiner Meinung nach, ist meine persönliche Ansicht, nicht gerechtfertigt. Denn jeder ist mündig. Wenn jemand etwas bezahlen möchte, kann er das gerne bezahlen. Wenn er das nicht bezahlen möchte, kann er alles hier in diesem Spiel selbstständig erarbeiten. Das geht auch schnell, das dauert nicht lange. Man muss natürlich den Weg wissen, wie es geht. Und wenn man den Weg weiß, wie es geht, wenn man ein, zweimal das schon hinbekommen hat, dann weiß man auch, den Rest kriege ich auch gut hin. Und das ist halt das große Problem, dass viele Menschen in solchen Games reingehen und meinen, ja, ich müsste jetzt da hunderte von Euros reinstecken. Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt, ja. Ich bin auch mit 20 Euro drin, weil ich auch ein Dankeschön an den Publisher, weiterreichen möchte. In dem Sinne, ihr müsst euch nochmal überlegen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen, wenn wir zum Beispiel vorbestellen. 60, 70, 80, 100, 150 Euro oder mehr. Und dann gefällt uns das Spiel nicht. Aber wir haben das Geld schon überwiesen, beziehungsweise als Vorbesteller sind wir schon in der kleinen Falle gefangen. Also wir Streamer sowieso, wenn wir keinen Free-Code haben, dann sind wir natürlich genauso gelackmeiert gelackmeiert wie alle anderen Spieler auch. Und ich finde dieses Modell für mich persönlich akzeptabler. Hier kann ich selber entscheiden, wie viel Geld ich in die Hand nehme, ob ich überhaupt Geld in die Hand nehme. Denn es kann ja auch sein, dass es einem nicht gefällt. Und dann sagt man, ja, Gott sei Dank habe ich jetzt keine 100 Euro oder mehr ausgegeben. Und wenn es einem gefällt, dann kann man natürlich als Dankeschön auch sagen, ja, okay, dem Spielehersteller gebe ich jetzt so und so viel wieder zurück. Ja, also das muss auch jeder für sich entscheiden. Ob es jetzt 5 Euro, 20 Euro, 80 Euro, 100 Euro ist, das muss jeder für sich entscheiden. Also wir sind alle mündig, wir können alle von 1 bis 10 zählen und wir können auch alle selbstständig nachdenken. Und von daher finde ich, dass dieses Modell schon gerechter als die Sachen, was alles in der Vergangenheit schon alles passiert ist. Ich sage nur, COD hat enttäuscht, Battlefield hat enttäuscht, Diablo 4 hat am Anfang enttäuscht, wie sie da gestanden sind, etc., etc. Und wir waren alle mit Geld drin. So, das dazu. Und jetzt komme ich aber wieder zum Ende. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und Abonnenten, wenn ihr wirklich mich unterstützen wollt, den Kanal unterstützen wollt, dass wir eine größere Reichweite bekommen, gerne ein Abo dalassen. So, und das war es von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich wieder in meinen Sommerurlaub. Gehe raus mit dem Kuss. Peace.